Ja, moin Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom vom AR-Clan ist hier von der Playstation 3. Ja, ich spiele heute mal Assassin's Creed und wollte euch mal, ja, den Biggest Base Jump zeigen. Jo, Biggest Base Jump von Assassin's Creed 3. Wo wollen wir machen? Klettern erstmal erstmal hier nach oben. Ja, ich befinde mich hier gerade in der Stadt Boston. Ja, die Map ist richtig, muss ich sagen. Das sind besser gesagt verschiedene Maps. Ich werde auch noch nach New York kommen und so. Und ja. So. Jetzt klärt euch erstmal hier ganz nach oben. Das geht nämlich. So. Warte mal. Das geht noch höher. Ja, den wir erstmal auch. So. Jetzt haben wir's gleich geschafft hier. So, jetzt hänge ich hier noch ein bisschen. Vorsichtig. Nicht, dass ich nach unten falle. Oh. Vorsicht. Vorsicht. Assassin's Creed. Oh. Fuck. Ah ja. Ihr seht schon. Richtig cool. Jetzt können wir natürlich auch noch einen Base Jump machen. hier. Ja, der Ausblick einfach, damit ihr mal seht. Das Spiel ist tatsächlich so gut, wie alle sagen. Es ist riesig. Und jetzt auf jeden Fall der Base Jump. Okay. Wir haben's gelobt. Ja, das war ein kleines Gameplay von Assassin's Creed. Drei. Ich hoffe es euch gefallen. Bis dann. See you later. Alle Gater. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.